Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innoji, Rewe und der Kaffeerösterei Bandslips. Donnerstags in Salzkotten, der finale Teil der Konzerttrilogie auf den Marktplatz. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es kurz vor Ende der Sommerferien noch einmal richtig rund. Nachdem in der Vorwoche das Konzertevent wegen einer Unwetterwarnung kurzfristig abgesagt werden musste, war die Freude an diesem Abend umso größer. Auch bei Miriam Ahrens von Salzkotten Marketing. Ja, wir freuen uns sehr. Also letzte Woche mussten wir leider aufgrund der Sturmwarnung absagen. Und heute Abend ist es umso besser. Das Wetter ist perfekt. Die Leute haben Spaß. Es ist gute Musik. Es macht Freude. Donnerstags in Salzkotten. Das ist für die Nichturlauber die perfekte Möglichkeit, nach der Arbeit mit Kollegen und Freunden ins Gespräch zu kommen und live Musik zu lauschen. Bereits im fünften Jahr findet die Konzertreihe nun schon in Salzkotten statt und hat sich zu einer festen Marke entwickelt. Die Idee ist damals von Feldteens an uns herangetragen. Die sind zu uns gekommen und hatten die Idee von den Veranstaltungen extra in den Sommerferien für die Leute, die in der Zeit zu Hause bleiben. Wir fanden die Idee gut. Es musste sich etwas entwickeln. Die ersten Anläufe, da waren nicht ganz so viele Besucher wie jetzt. Aber jetzt spricht, glaube ich, das Bild für sich. Es ist richtig klasse. So ist es. Das Konzept kommt einfach an. Sogar bei den Jüngsten, die sich in diesem Jahr erstmals über den eigens aufgeschütteten Stadtstrand freuen durften. Mir gefällt es in Donnerstags Salzkotten, weil hier gute Stimmung ist und fröhliche Leute. Ich finde es schön, weil das gibt es ja auch nicht in jeder Stadt und die Lieder sind einfach toll. Mittlerweile wohl auch jedem bekannt dürfte die Tatsache sein, dass sich jeder Besucher für den Getränkeverzehr einen Festivalbecher kaufen muss. Quasi als Eintrittskarte. Für drei Euro ist er an allen Veranstaltungstagen einsetzbar. Allerdings nur in dem jeweiligen Jahr, in dem der Becher gekauft wurde. Dafür aber auch bei den Schwesterveranstaltungen in den benachbarten Kommunen. Die Firma Burs & Schröder weist darauf hin, dass aus den letzten Jahren noch ein großer Restbestand an Festivalbechern vorhanden ist. Gerne möchte das Salzkottener Unternehmen die Becher vereinen oder Organisationen kostenlos zur Verfügung stellen. Wer also Becher, zum Beispiel für eine Ferienfreizeit oder ähnliches gebrauchen kann, möge sich bei der Firma Burs & Schröder melden. Von der Theke zur Bühne. Auf der Bühne topten sich die Musiker von Livehaftig an diesem Sommerabend so richtig aus. Fast seit Anfang an ist die Gieseka Coverband bei Donnerstags in Salzkotten vertreten. Ich glaube, das kann man zumindest heute so von der Personenzahl, habe ich den Eindruck, man kann das bestätigen. Also es ist total voll. Wir freuen uns, dass wir nicht letztes Wochenende da waren, weil da ist ja ausgefallen. Und total schön. Also alle sind noch ein bisschen verhalten. Das ist extrem warm auch heute. Wir schwitzen. Wir haben uns extra noch mal gerade umgezogen, damit wir im Fernsehen nicht ganz... Nicht so sehr schwitzen. Aber es ist total schön und ich glaube jetzt gleich in der letzten Runde, wenn es jetzt gerade ein bisschen abkühlt, dann wird es auch richtig Stimmung geben. Bei ihrem Auftritt in der Hederstadt zeigte sich die Band an diesem Abend besonders publikumsnah und feierte mit ihren Fans, die teilweise schon vor Konzertbeginn auf dem Marktplatz gekommen waren, um ihren Idolen nah zu sein. Das ist irgendwie verrückt. Also manchmal ist es so ein bisschen surreal. Also ich verstehe es teilweise nicht. Also irgendwie die Leute mögen uns total und das ist so schön, das zu erleben. Aber irgendwie ist es ganz komisch irgendwie. Jeder kennt einen irgendwie. Hier in Salzkotten hat man irgendwie mittlerweile das Gefühl. Aber das ist auch ein bisschen schön. Also man kennt halt extrem viele Gesichter. Ja, wenn die dann extra vorbeikommen, sind ein paar Leute extra mit dem Fahrrad hier hingekommen und kommen viel früher, um uns irgendwie zu sehen und mit uns zu quatschen. Das ist schon schön. Ein total schönes Gefühl. Mit einer Mischung aus Pop, Rock, Schlager und Eurodance heizten die Gesäker Vollblutmusiker dann den Selzern richtig ein. Bis es wieder heißt, Donnerstags in Salzkotten wird nun eine Zeit vergehen. Erst in den Sommerferien 2019 wird es vor dem Rathaus wieder musikalisch zur Sache gehen. Wer so lange nicht auf musikalische Highlights verzichten möchte, darf sich bereits auf das Hederauenfest in der kommenden Woche in Salzkotten freuen. Auch dort werden verschiedene Livebands die Selzer mit handgemachter Musik verzaubern. Man darf also gespannt sein. Und nicht vergessen, man sieht sich wieder Donnerstags in Salzkotten. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von K.D. Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.